Ich rülp sie einfach an und töte sie damit. Ich rülp die Skelette einfach an und töte ich sie damit. Moin und Herzlich Willkommen zurück zu Sea of Thieves. In der letzten Folge haben wir sämtliche Konkurrenten um diese Festung ausgeschaltet. Und jetzt geht es darum die Skelette bei der Festung zu zerstören, damit wir sie erobern können. Muss mal alles ablegen, dann kann ich... Hä? Hier ist einer drauf? Bei uns? Ja, ja, ich seh's. Unwahrscheinlich springt er gleich. Hab ihn. Nice. Das ist klar. Wie ist der denn hier rauf gekommen jetzt? Aua, ich hab gewegen, jetzt hab ich auf ne Fass gelandet bin. Ich hab zehn Kanonenkugeln reingeladen. Ich komme. Und Bananen. Ganz viele Bananen und ein bisschen Kanonenkugeln. Kanonenkugeln hab ich. Ja, schnell rüber. So, wir müssen jetzt versuchen das vorzumachen. Ja. Solang wir uns nichts vormachen. Klar. Aha. Zum Glück kann unser Schiff nicht so tief sinken, wie meine Witze. Er kommt gerade in den Freimaster. Kommt er wieder? Ich weiß nicht, er fährt da hinten in den Sturm oder so. Ja, da können sie reinfahren von mir aus. So, ich komm rüber. Denkt dran, dass heute Nacht die Uhren vorgestellt werden. Nein. Echt? Scheiße. Auch das noch, ey. Da muss ich ja morgen früher aufstehen auch noch. Der Master entfernt sich tatsächlich von mir jetzt mal weiter. Echt? Ja. Das ist ja mal ein ungeahntes Glück, wenn man das mal sagen darf. Die sind so angepisst. Ja, die sind Kanonenkugeln gewesen. Oder sie fahren woanders hin und rüsten sich nochmal aus. Ich hab auch nochmal Kanonenkugeln. Sie sind doch neu gespawnt, die haben gerade ein neues Shit. Naja, aber vielleicht sagen sie sich... Sie drehen auch gerade wieder. Ja. Nein. Dann kann der nach hinten parieren. Er pariert zu dir und wenn ich hinten drauf schlage, pariert er trotzdem. Ja, jetzt guck dir den doch mal an. Teufel. Teufel ist schlecht. Oh Gott, aua. Aua, aua, aua. Waffe, Waffe, Waffe. Oh Gott, jetzt nimmt die Banane. Jetzt kommt er doch. Jetzt kommt er doch. Wagen. Werd er nochmal versenken. Alter, wie die zuhauen. Ah nein, sie haben mich in der Ecke. Ich komm hier weg. Ah, nein. Bin tot. Oh shit. Egal, kann ich Banane essen. Bitte, sollen wir nicht drauf zuschwimmen und schon mal entgegen, ne? An der Leiter hoch. Das wärs doch. Shadow ist gemütet. Shadow ist Mutation. Ich muss aufs Klo. Oh. Das ganze Wassergeschippe und dieses pinke Geräusch. Hier, keine hinteren Bedürfnisse vorschieben. So, bin wir da. Die kommen auf uns zu Shadow. Oder beziehungsweise schippern sie da vorne hin und her. Ich bin wieder an Bord. Ich glaub die wollen sich jetzt ranschleichen. Ja. Prinzi, bist du noch am Vor? Oh ja. Warte mal. Oh, Autsch. Ich will jetzt mal was versuchen. Ja, ich hab voll die Kanonkugeln in der Hinterlücke. Komme. Ich bin tot. Nein, nein, nein. Nein, nein, nein. Und so. Ah, hier sind sie gespawnt. Die sind hier im Haus. Headshot. Voll ins Knie. Geister. Wir schießen auch noch. Oh Gott. Ich hab nochmal 10 Kanonen gesehen. Was ist das Schipp? Das schippert um uns herum in einem riesigen Bogen. Dann warten wir wahrscheinlich bis wir das vorgemacht haben, um dann den Weg zu klauen. Das hab ich schon mal gedacht. Was halten sie da hinten? Ja. Ich rülp's sie einfach an und töte sie damit. Ich rülp's die Skelette einfach an und töte ich sie damit. Muss nur so ein Feuerzeug ranhalten dabei. Ey, ohne Witz. Ich glaub, die warten jetzt wirklich bis wir das gemacht haben und dann frühstücken sie uns ab. Ja. Der Captain ist da, oder? Das ist die melodische Captain gewesen. Ja. Ja, ja. Der Boss ist da. Okay, dann muss ich nicht zurückgesetzt. Das ist gut. Äh, lass nicht. Ja, lass ja. Der Launcher. Okay. Oh Gott, die Kugel. Passend, dass die mich hier nicht gleich töten. Nein, die festhängt. Der Launcher ist ein Feuerpfeil. Huh. Ja, Launcher. Machst du Platz. Aua. Da ist der Boss da vorne. Ja, da ist er. Sauber, er ist geplatzt. Schnell den Schlüssel. Schnell den Schlüssel schnappen. Der Schädel über der Insel ist jetzt weg, ne? Ja, genau. Ich nehme hier nochmal Muni von oben, ganz schnell. Damit ich mich wehren kann, wenn hier gleich Besuch kommt. Da ist schon wieder keine Glockkiste. Was ist denn da los? Huiii. So, was ist jetzt hier das wertvollste? Festungsschädel auf jeden Fall. Festungstroh ist schon unterwegs. Das Schiff liegt noch vor Anker dahinter an der Insel. Die haben jetzt bestimmt gerade die Message bekommen, gleich setzen die sich in Bewegung. Oder sie sind dann abgelenkt, weil sie meinen, sie könnten doch schnell ein paar Schätze ausgraben. Man weiß es nicht. Mal pennen das jetzt kurz. Das ging ja doch recht schnell. Alter, wir haben echt jetzt, aber dass wir das jetzt auch geschafft haben, ist wieder mal so geil. Also, dass wir das jetzt erobert haben. Oh, das hat wirklich jetzt zwei Stunden... Nimm die Gewürze mit. Es hat glaube ich echt drei Stunden jetzt gedauert. Wollen wir die wertlosen Kisten einfach zurücklassen? Boah, schöne Kanonen. Äh, die Explosionsfässer können wir hier lassen. Nehmt erstmal mit, was geht. Und ich behalte das Schiff da in ihrem Auge. Ich würde jetzt sagen, wir versuchen gar nicht mehr zu campen. Wir haben jetzt einfach ab. Genau. Wir haben unsere Campe gehabt. Alles einladen und dann abladen. Jetzt geht es nur noch darum, das sicher nach Hause zu shippern, das Zeug hier. Wir kaufen uns neuen Skins und tanzen damit dann vor denen. Na, jetzt spare ich mir das eigentlich. Also, ich habe ja vorhin schon gut ausgegeben. Ich habe ja schon nichts mehr jetzt. Oder nur Hose und eine Mütze. Ich spare jetzt. Fertige Kanone, verstehe ich. Großer Gott ey. Ich war es nicht. Keine Ahnung. Ja auch nicht. Eigentlich ist mal was. Wie viel kostet das Spiel? 70 Euro. So. Das sind alles nur Teekisten. Aber warte mal. Ich glaube diese Karaffe hier, die sieht wertvoll aus. Opulente Kuriosität. Das wirkt irgendwie sehr teuer. Wenn das schon opulent ist. Nehmen wir das mal mit. Beugen. War schon ein bisschen zu hoch, ja. Ich glaube, das war alles von mir drin. Oh, diese Schätze. Diese wunderschönen. Mit welcher Kanone schießt ihr euch da immer rein? Mit der hier, ne? Ist grad ein bisschen hoch. Erziertes Bedürfnis? Ne. Behältnis. Behältnis. Ich finde die Schiffsfahrt in diesem Spiel voll schön. Ja, die waren doch gerade sehr idyllisch, die Schiffsfahrten, die wir gerade gemacht haben. Wie entspannt. Ich leg das jetzt einfach die Kisten oben an die Leiter. So viel Blei, was da durch die Luft geflogen ist, ey. Da muss man richtig Luft holen, ey. Und das richtig genießen. Eigentlich müssten wir mit den Schätzen jetzt gleich zu denen hinfahren, die versenken und dann den Rohr abladen. Oh. Der hat denn die, die Schädel, die platzieren wir doch hier so schön auf. Mann, ja mach halt. Der hat ein Holzbein, er kann nix dafür. Ich guck mich doch mal an, ich bin invalide, Mann. Meine Güte, Lonza kommt darauf und er wiegt doppelt so viel wie du. Ja. Und ich hake mich oben einfach irgendwo fest. Ja genau, Lonza hat seinen Haken, mit dem er sich festhaken kann oben. Mach dasselbe mit deinen Beinen so. Ja, ich schraub das gleich ab und stopf's dir ins Auge. Mit dem Charge kommt man schneller rüber als mit der Kanone. Wir haben übrigens jetzt alles. Mit dem Charge kommst du schneller rüber als mit der Kanone? Dann charge ich jetzt nicht, dann bin ich schon mal am Anker. Kanone, Kanone. Genau. Bist du dich da reingesetzt hast? Ach. Wenn sie richtig eingestellt ist. Das ist ja doch. Äh, wir verharten jetzt ab, ne? Braucht nicht mehr noch. Jaja, wir haben doch schon alles rüber geholt, darfst ich. Äh, ich hab nur noch mal sicherheitshalber gesagt. Ja. Äh. Ja. Ja, wir fahren, ne? Äh. Ja, ist nicht schlimm. Ich mach dann Meerjungmann, Mann, Frau Hoffmann. Meerjungmann, Mann. Wo müssen wir denn hin eigentlich? Zum Outpost. Aber wer sind der denn nicht in Richtung vom Schiff? Jaja, das will ich ja gerade abchecken. Wo ist denn das Schiff? Das ist links von uns gerade. Da ist links. Da ist links. Richtung Nord-Ost. Dann fahr ich jetzt erst mal Richtung Süden. Vielleicht auch ein Outpost. Vielleicht kommen sie jetzt noch. Ja, fahr nach Süden. Da gibt's noch ein Outpost. Vielleicht kommen sie jetzt noch. Geradeaus durch. Und dann gibt's keine Schätze. Jetzt fahr da aus. Ja. Gott, ey. Hahaha. Ey, wir haben echt dieses Keep noch geholt. Das gibt es nicht. Ah, ich hab Meerjungmann, Frau Mann, Mann, Mann benutzt. So, bin Dank. Wir haben... Wir haben echt das Keep geholt. Wie wer? Was denn? Ich bin Steuermann. Nein, jetzt will ich mal steuern. Oh, oh. Jetzt gehen wir mal runter. Ich brauch jetzt mal was entspannendes. Hier eine entspannende Tätigkeit. Ah, Gott. Hahaha. Ja, meine lieben Freunde. War's für euch auch so gut wie für mich? Die stehen immer noch neben dem Schiff. Ja, die machen was anderes. Ja, ich weiß. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. Ich hab's gesehen. So, was kaufe ich mir denn als dieses? Es gibt nur eins, was jetzt noch schief gehen kann. Das wir auf Grund laufen. Wir trinken zu viel. Wir trinken zu viel. Deswegen fang ich jetzt. Ich auch. Auf geht's. Mmmm. Ja, ich hab kein Problem damit. Ich, ich trink jetzt... Ich werde jetzt einen Scheiß-Treck tun und hier trinken. Was bist du ja für ein Pirat? Ich will das jetzt hier nach Hause fahren, hier, das Ding. Ja, im Kampf, da muss ich ja mehr Mut antrinken, hier. Das ist ja was anderes, eine ganz andere Situation. Wehe, einer kotzt mich an. Wehe, ihr kotzt mich jetzt an. Oh nein, sie bechern alle um mich rum im Kreis, im Becherkreis. Ich höre es nur. Uh, deine Nase wabert. Ja, ich bin ganz schön fett geworden. Was soll denn das heißen? Ja, gegen dich bin ich ja schlank. Ich stecke dir gleich mein Holzbein in den Popo. Oh ja. Oh ja. Ja, das habe ich auch gerade gedacht. Danke, jetzt habe ich... Anstelle von dunklen Flächen sehe ich jetzt plötzlich helle Flächen. Das geht mir auch so. Ich höre, es wird gar nicht mehr klar, die Sicht. Ey, was macht ihr? Teamwork. Wir haben übrigens immer noch die Flaschenkosten, ne? Ja, sehr gut, die behalten wir bis zum Schluss. Wir müssen jetzt noch vorher machen. Nein. Ich mache jetzt nichts mehr, ey. Ich mache jetzt hier den Stream gleich aus, mein Freund. Wir laden jetzt noch ab und dann ist Ende. Fünf Stunden haben wir jetzt hier gemacht. Meine Festplatte explodiert gleich noch. Jetzt habe ich ja nicht meine schöne goldene Schaufel benutzt, Alter. Ist ja gar nicht gold. Ist das da vorne der Outpost, ja? Ja, ja. Mit den vielen leuchtenden Dingern. Das wird man fackeln. Das wird nicht fackeln. Ach, echt? Das ist gut, dass du es nochmal dazu gesagt hast. Wir wollen ja auch was lernen heute. Mhm. Bildungsfernsehen. Wie es lebt und lebt. Leben am Limit. Wo ist denn da eigentlich der Schatztyp? Fabco 15. Ein Euro. Dankeschön. Dankeschön. Ich nehme jetzt hier den Steg hier vorne. Wie wir gefeiert haben mit Alkohol und Musik und Freude und der Käpt'n ist total bürrisch. Ja, böse. Ich kann es immer noch nicht glauben, dass wir das geschafft haben. Wir müssen übrigens gleich ankern. Wir sind in dieser gesamten Zeit jetzt noch einmal runtergegangen und das auch nur bei der Kampfkampf-Saktion gemacht haben. Ihr müsst übrigens den Anker jetzt benutzen. Ich habe genau 999 Münzen momentan. Viel zu wenig. Klingt auch stock. So, jetzt ausladen hier. Das wackelt alles noch so. Ausladen. Ausladen. Ich will den Festungsschädel. Aber die Leiter ist auf der anderen Seite, natürlich. Der Festungsschädel ist gar nicht mehr da. Ja, der habe ich schon. Dann nehme ich die Festungskiste. Ja, der hat sich schon. Ach, mein. Dann nehme ich halt das andere Zeug. Wir müssen das ganz schnell loswerden. Dann nehme ich eben das andere Zeug. Ich komme nicht über die Reden. Ich habe kein Geld bekommen. Auch nicht. Auch nicht. Ich habe gerade gar nichts. In 5 Stunden, viel zu wenig. Es kommt drauf an. Es kommt aber ein vor pro Zug machen. Es kommt drauf an, was man in den 5 Stunden tut. Und wir waren so unglaublich produktiv in diesen 5 Stunden. Da muss ich erstmal einer eine Scheibe von abschneiden. Ich finde den Typen nicht zum Verkaufen. Wo ist denn der? Ach, hier. Direkt. Wir waren gar nicht so unproduktiv. Wir haben nur zwei Forts gemacht, oder? Wir haben Leute getötet. Hallo? Das nennst du nicht produktiv? Das ist sehr lustig. Macht sehr viel Spaß. Das ist meine Übungsbeschäftigung. Aber das ist nicht das, was andere Produktivität nennen. Ja, andere. Was interessieren mich denn andere? Was ist denn jetzt hier? Wir waren super produktiv heute. Aber wir kriegen jetzt alle kein Geld, ne? Kein Geld, keine Ränge. Es kommt wahrscheinlich alles irgendwann nach. Oder gar nicht mehr. Dann war das alles für die Katzen. Nee, es war nicht für die Katzen. Im Stream haben es 230 Leute gesehen, dass wir abgeliefert haben. Ich sag ja, alles für die Katzen. Wir haben jetzt auch fast alles verkauft. Ist auch die Karaffen schon und die Behälter und das alles? Ziemlich. Gibt's doch nicht. Also das ist noch nicht alles, aber die Tee ist schon da. Ja, mit den Kisten-Nachrichten ist auch voll verzögert. Die Kiste des Schiffbrüchigen habe ich gerade schon abgegeben. Hier sind doch noch ganz viele Behältnisse. Ja. Verzierte Geschmeide hier. Habt ihr das woanders gelagert als in der Kapitäns-Kajüte? Nee, auf dem Bett. Auf dem Bett. Auf dem Bett. Auf dem Bett in der Kapitäns-Kajüte. Jetzt wüsste gar nicht, was dieses komische, opulente Kuriositäten-Ding bringt. Ah, jetzt kommt das Geld rein. Jetzt kriege ich Geld. Sag mir nicht, wir haben jetzt... Okay, jetzt kommt, kommt jetzt alles durch. Nee, es kommen nur die Sachen, die wir jetzt gerade abgeliefert haben, glaube ich. Das waren, glaube ich, gerade die zwei Behältnisse. Weil ich hatte gerade kurz danach auch eins hingelegt. Okay, und verkaufe ich jetzt gleich auch mal eins. Nee, nicht bei der Lady. Wo ist denn diese blöde Händler-Tusse? Was soll das? So, okay, toll. Ja, jetzt kriegen wir Geld. Ja, da war der Server, wo gerade AFK. Alles umsonst verkauft, toll. Egal. Glaube ich gar nicht. Kriegen wir noch. Wir haben den Ruhm bekommen. Den Ruhm haben wir bekommen, ja. Ja, toll, jetzt für das Billig-Ding hier kriegen wir noch 96. Tja, da sieht man mal wieder, es ist nicht unbedingt schlau, die teuren Sachen zuerst zu verkaufen. Ach, komm. Scheiße. Nee, ich glaube, wenn wir mal reconnecten, dann müsste es eigentlich gehen. Ja, dann müsste eigentlich alles da sein. Aber ich würde sagen, ich reconnecte jetzt nicht nochmal. Warum? Du musst dir doch noch gutes Zeug kaufen, Spielware. Ich bin jetzt kaputt, ich will jetzt Schluss machen. Ich finde den Tee hinter, wo ist die Tee? Ach, da hängt das hier. Also ich bin dafür, dass Spielware jetzt noch mal neu connected und dass wir dann... Ja, von mir aus, dann connecten wir jetzt noch. Was ist das Letzte, was wir jetzt machen? Nein, 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 nein. Hier wird da nichts mehr. Haben wir jetzt alles verkauft? Wir machen jetzt, wir machen jetzt ein Vlog und gucken, ob wir mehr Geld haben als jetzt gerade. Und dann schauen wir mal, werden wir es ja sehen. Also ich habe immer noch nur 2870. Ich habe auch genauso viel wie gerade eben. Ich auch. Warum sonst? Ja, schade. Aber ihr habt es gesehen, meine lieben Freunde, was wir geschafft haben. Vielleicht noch ein Spiel Neustart oder so. Ihr habt es gesehen. Ihr seid Zeugen, dass wir es geschafft haben. Wir hatten den Festungsschädel. Wir hatten den Käpt'n besiegt. Wir haben auch alle anderen besiegt, die da zu der Festung wollten. Wir sind die geilsten. Warum war Shadow gerade ein Skelett? Der ist hungrig. Weil ich es kann. Ich bin auch hungrig. Ja, Shadow, du warst schon wieder zur Tifa. Warte mal, ich will hier mal hier sein. Ja, das kann doch nicht sein, dass wir jetzt echt dieses blöde Geld nicht kriegen. Doch. Das kann sein. Ey, erschießt du mich mal nicht, wenn ich hier winke? Warum ist Ritzi in mir drin? Weil du nicht selten bist, Gelder. Das sieht echt seltsam aus. Ich stand vor dir schon hier. Wir sind so wie so ein siamesisches Zwillingspaar. Du wächst da so an der Seite raus und zappelst drum. Kann auch winken. Gibt es nur eine Lösung für. Sehr gut. Ja, richtig. Ja, oder hier so, da legt er sich hin. Wir verabschieden uns für heute. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Und mal gucken, wann wir das nächste Mal hier in den See stechen. Wahrscheinlich sehr bald, könnte ich mir sehr gut vorstellen. Vielleicht sogar schon morgen. Mal gucken. Bis dann. Ciao, ciao. Und tschüss. Tschüss. Tschüss.